Hallo, ich bin die Nicola Schuchnik, ich bin 16 Jahre alt und ich mache eine Lehre am Flughafen als Elektro- und Gebäude-Technikerin. Ich habe den Lehrberuf gewählt aus dem Grund, weil mein Vater selbst Elektrotechniker ist und er mir das so mitgegeben hat und mich das schon immer sehr interessiert hat. Also ich habe mich am Flughafen Wien beworben aus dem Grund, weil ich immer schon gern geflogen bin, mich das Fliegen fasziniert hat und der Flughafen generell ein faszinierender Ort ist, finde ich. Ja, also wir haben vor vier Wochen hier begonnen und wir hatten, bis jetzt war die Zeit eigentlich ziemlich interessant und sehr viel Neues. Wir haben sehr viel Sicherheitsschulung, also eine Sicherheitsschulung gehabt und ja, wir haben jetzt auch schon angefangen mit den Werkstücken, also mit dem praktischen Arbeiten und das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017